Das Volk am Wort, was wir in Venezuela haben, unsere Bevölkerung, die finden kein Essen, die finden überhaupt nichts zum Essen und keine Medikamenten. Die Leute, unsere Bevölkerung, sind seit 30 Tagen oder länger als 30 Tagen auf die Straße und protestieren gegen die diktatorische Regierung. Und die Sicherheitskräfte, die erschießen unsere Leute auf die Straße, und bis jetzt haben wir 40 Tote, seit die Bevölkerung auf die Straße protestiert. Auf jeden Fall, wir sind heute hier, um die Welt zu sagen, was in Venezuela los ist. Die Welt muss es wissen, dass in Venezuela unsere Menschen kämpfen für ihre Freiheit und dass die Venezuelaner für ihre menschliche Rechten kämpfen. Und wir werden nicht aufhören, bis die ganze Welt weiß, was los ist. So, es ist vorbei. Ups, es ist vorbei, die Brüder. Nein, ich sage mir, ich sage mir, ich sage mir, ich sage mal. Na klar. Ja. Vielen Dank.